Oh, ich hätte jetzt ein bisschen späte Aufnahme machen sollen, ne? Scheiß, Fliege hier irgendwo. Aber vielleicht, pass auf, die Fliege. Acker von Käptnickheiser. Käptnickheiser? Was? Acker von Käptnickheiser. Was erzählst du für ein Scheiß? Ich mach's, ich treme mich jetzt auf die Fliege. Ja, ja, ich merk's schon. Scheiße, da liegt sie. Ja, so ich mach's, ich kann jetzt auch meine Papiere da drauf haben. Legg noch mal an, als es fliegt, die soll hierher gucken. Hallo und guten Tag. Moment mal, was war das denn? Hallo und guten Tag. Was anderes? Nee, also er hat sich so wie ein Versprecher angehört. Nein. Hallo und guten Tag. Ja, mach das. Ich hab noch mal was anderes. Nee, mach Hallo und guten Tag. Liege. Schau, Bruder, komm. Schau. Ich, du, ich. Und? Oh, da hast du gefangen. Mörder! Du Mörder! Hier, bring mal den Leichen in den Kanal. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen jetzt? Legst du da hin? Machen wir mal so hier. Die Leiche können wir mal. Und dann können wir die Sendung gleich anfangen, ohne dass wir... Oh! Oh, guck mal hier, da hinkt sie. Sieht einen schönen Faden, gell? Oh! Au! Tischbein? Au! Live eine Fliege. Ja, also man kann sagen, viel Schmerzen hast du nicht dabei gehabt. Nee, okay. Wokki zucki. Wenn du mal dazu zuschlägst, dann... Ich glaube, die könnte sich auch im ersten Moment über das Geschehene gar nicht richtig freuen. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Willst du wieder reinkommen? Ich komme rein. Warte mal, ich muss erst mal rübsen. Scheiße. Also so Bier und Cola ist ganz, ganz schlecht für so Aufnahmen, würde ich mal sagen. Also stilles Wasser. Hier, Regie! Hey, einmal stilles Wasser beim nächsten Mal. Katastrophe. Alles klar. Ja. Die Tussi, die da hier irgendwie dieses Catering macht, wird gefeuert. Das habe ich beschlossen. Mann, ey. Wenn die nicht so gut aussehen würde, wäre ich schon links raus. Aber ist auch gut im Bett. Ach so. Ich bin der Reinsteckefuchs. Was ist das denn? Der Cousin vom Leisefuchs, oder was? Jo, ich bin der Reisefuchs. Irgendwie habe ich es mit dem Mikro, warte mal kurz. Fick euch. Fick euch. Oh Gott. Entweder ich kann mich nicht bewegen, oder mein Mittelfinger ist zu kurz. Ich nehme an, letzteres. Oder ich beuge mich nicht so gerne nach vorne. Verstehst du? Ja. Im Gegensatz zu dir. Ich bin sicher. Sascha, Sascha, bitte nochmal herkommen, bitte. Sascha in die 3, Sascha in die 3, bitte. Sascha in Kasse 1, bitte. Nein, Sascha. Ich möchte dem Tonmann nicht hier in die Fahrrad kommen. Das sieht so scheiße aus. Ich kann das auch nicht. Was hast du denn da? Wie machst du das denn? Der ist geeignet zum, nein, nicht. Rauchen, bumsen, rauchen. Ja, das ist ja falsch. Ja, nee, es ist aber auch wirklich nicht einfach, sich das Ding selber dran zu machen. Das stimmt schon. So, siehst du? Die ersten 51 Sekunden haben wir schon Video, siehst du? Zwischenproduktion, nenne ich das. Hallo zusammen. Ist dir denn eigentlich bewusst, was du da auslöst? Warum? Ein Foto. Warum? Ist dir das bewusst? Ja. Ja. Ich wollte nur mal irgendwas mit Auslösen sagen. Hast du Angst wegen deines Speichers? Hast du denn? Ist dir denn bewusst, was du da auslöst? Ein Foto. Alter. Noch nicht mal die Scheißwitze, verstehst du? Ja, weil die sind so scheiße. Die sind so, so scheiße. Aber scheiße ist doch wenigstens einfach zu verstehen. Die sind noch scheißiger als Scheiße. Ja. So. Mein Bier ist da vorne jetzt, deswegen. Außerdem hat das 3000%. Herr Elad, können Sie uns bitte mal das Bier bringen? Das steht hier vorne auf dem Tisch. Hier vorne auf dem Tisch? Ich bin eingestupselt, deswegen. Elad, bitte an Kasse 3, Herr Elad, bitte. Gerne, 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 gerne. Gerne, gerne, gerne. Danke, danke, danke. Ja, ja. Nee, da, schon. Okay. Die ersten 2 Minuten und 17 Sekunden haben wir schon verballert. Für den Arsch. Für den Arsch, genau.